Ohren auszunützend pflegen, der Spezialist wird sich den Ball gleich setzen, hier ist er, Sinischa Mikhailovic von Lazio. Er gilt, ich muss es leider sagen, als einer der weltbesten Freistoßschützen. Das ist das, was er kann, dafür wird er bezahlt in erster Linie, dafür will ihn jeder Verein in den eigenen Reihen aufgepasst. Tatsächlich, Tor auf Freistoß durch Sinischa Mikhailovic, man kann es wissen, dass es gefährlich ist, man kann sich darauf einstellen, aber man kann den Gegentreffer trotzdem nicht verhindern. 69. Minute, 1 zu 0 für Jugoslawien, Torschützer, der Spezialist, Sinischa Mikhailovic. Und jetzt ist natürlich die Stimmung da im Stadion, die Unterstützung und die Schweizer, die sich bisher so gut an den linken Flügel ausgewichen ist. Die Schweizer versuchen alles. Ja, Tor! Tor zum 1 zu 1, es musste so kommen irgendwie, Schapuysa, der Ausgleich, jawohl, 85. Minute. Stefan Schapuysa, mit dem verdienten 1 zu 1, mit seinem 19. Länderspieltor und Enzo Trossero sieht das von ganz weit weg und nimmt Feld vor lauter Aufregung, fasst die Hose runter. Schapuysa, der Ausgleich. Wunderbar! Wunderbar auch Furniers Flankenball. Und nicht so gut der im eigenen 5-Meter-Raum herumirrende jugoslawische Nationalgoli Alexander Kocik. Wunderbar auch Furniers Flankenball.